So eine verfickte Scheiße, ich raste noch aus, ey. Entschuldigung, dass der Anfang gerade so grob war, aber... Ich weiß nicht, bei wem dieser Bug noch auftritt. Bei mir ist jetzt so, ich hatte die Hunde, äh, sag mal mal... 40 Minecraft-Tage nicht mehr aufstehen lassen, so ungefähr. Und jetzt will ich mal so einen Hund hier haben. Und wenn ich Rest-Lick mach, dann geht nix. Und sobald ich so einen Hund schlage, bleibt der sitzen, aber greift mich an. Also, ich kann es euch mal demonstrieren. Hier. Now it works. Hier. Ihr seht. Die Kackfischer greifen mich dann einfach an. Hier kann doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Notch, bitte... Bitte fix das, ey. Ich hab so lang nach den Hunden gesucht und jetzt ist schon der zweite draufgegangen. Konzt mich tierisch an. Nicht mal mehr mein erster Hund will aufstehen. Übelst zum Kotzen. Bei wem dieser Bug noch ist, bitte schreibt es mal in der Beschreibung. Weil jetzt kann ich die Äschen auch sitzen lassen und nicht mehr zur Jagd benutzen, die Hunde. Nervt mich tierisch. Bitte notch, fix das. Okay, das erste Mal ist von mir, Jens. Bitte macht ein Abo, Daumen hoch, favorisiert. Und hinterlasst einen Kommentar. Tschüss.